hi leute und willkommen zu einem neuen video hier auf dem kanal heute welche nährenpäden machen uns macht jetzt mein schokoladen labrador nähren denn ich habe jetzt endlich vier ausgewachsene labradors und freue mich schon so die nähren zu machen und hier auf jeden fall bleibt bis zum ende des videos dran und ja gibt es auch eine verlosung und ich würde sagen wir machen letztes neon pad ok leute es ist jetzt soweit ich mache jetzt erstmal einen fehler prozess auf diese kreise oder so und okay mein gott leute ich brauche das letzte drauf und mein gott mein gott mein gott mein gott mein gott mein gott es sieht gelb aus ok also diese nähren streifen oder so sind gelb und das sieht eigentlich voll geil aus und ja mein gott ich glaube es mein neues lieblings nähren geworden obwohl ne denn normal hund zum lieblings nähern ja aber das kommt auf jeden fall an die zweite stelle und ja auf jeden paar wie gesagt diese streifen neons streifen sind gelb und ich nenne es trinkel 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 egal ähm ja und hier ist so leute und wie ich anfangen das video schon gesagt habe gibt es heute wieder eine kleine verlosung und zwar verlose ich heute wieder zwei ultra seltene sachen und zwar verlose ich einmal ein airplane propeller und einmal ein grappling hook also der normale planker grappling hook und was ihr davon tun müsst ist mich abonnieren dieses video lecken und euren benutzer namen in die kommentare schreiben als die gleichen regeln wie immer und hier ist das war's mit dieser verlose regeln ok das war kein deutsch wie immer auf jeden fall ja und das war's auch mit meinem video wenn es wieder gefallen hat fix mir gerne mit dem like und einem abo wird mich riesig 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 freuen und yes tschüss und bis zum nächsten mal bei